Ja, meine lieben Reiseverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars Leute, heute habe ich ein richtig nice Video für euch am Start Und zwar habe ich alle meine Rang 35er Leute Reaction in einem Video zusammengecuttet So ein Video habe ich schon mal vor, ich glaube 6 Monaten oder so hochgeladen War auf jeden Fall mega mega lustig Leute, lasst auf jeden Fall dafür schon mal einen Daumen nach oben Ihr seht, ich habe einige Rang 35er und da waren schon einige lustige Reactions dabei Und nächste Season werde ich wieder Rang 35er pushen, Leute Ihr seht, die Season ist in 7 Tagen 22 Stunden zu Ende Ich habe jetzt mehr, also ich habe jetzt fast 2 Monate nicht mehr wirklich aktiv gepusht Ich habe ab und zu gespielt, auch on Stream natürlich Aber ihr seht, meine Brawler sind noch ziemlich low Ja, wir werden auf jeden Fall wieder pushen Ich denke, Rang 35er werden wir nächste Season pushen Und das werden wir natürlich auch live on Stream machen Und deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da Aktiviert die Glocke Und natürlich, Leute, ganz wichtig, lasst nochmal einen Daumen nach oben da Für diesen, ja, auf diesem Video Und ansonsten, schreibt gerne mal jetzt auch in den Kommentaren Welchen Brawler ihr euch als nächstes wünscht Also, welchen Brawler ihr als nächstes auf Rang 35 wünscht Und ihr seht hier, meine Brawler zeige ich euch nochmal ganz kurz langsam Damit ihr mir nicht alle schreibt Crow, 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 Crow Ja, Leute, Crow ist schon 35 Der war sogar, glaube ich, einer meiner Ersten Und, ja Ansonsten würde ich sagen, Leute Let's go Schon wieder ein Rang 35er Das wollte ich doch gar nicht Endlich diesen Brawler Auf Rang 35, Leute Oh mein Gott Wenn ihr jetzt nicht alle entfernt, einen Daumen nach oben da lasst Und ein kostenloses Abo Weiß ich auch nicht, Leute Let's go, Leute Gönnt euch mein Merch Landi www.landi-merch. Haha Let's go, Leute Oh mein Gott Let's go, einfach GG Landi-merch.de Leute, ihr wisst Bescheid, ne Gönnt euch mein Merch Nein Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall Rang 35 Piper Mega heftig, Leute Byron ist mega stark, Leute Versteht mich nicht falsch Aber Ich hab den Brawler echt Ich weiß nicht Schon anstrengend gewesen Den Brawler Rang 35 zu buschen Und, ja, Leute Ich würde sagen Das war's auf jeden Fall Mit haben wir Rang 35 Let's go, Leute Ich hoffe, euch Oh mein Gott Ich hab's geschafft Perfekt Auf Rang 35, Leute Oh mein Gott Das ist so crazy gewesen Ja, sehr schön Leute, wir haben es geschafft Nuss 3 Puh, 600 Star-Punkte Sehr, sehr nice, Leute Let's go Oh mein Gott, Leute Let's go Und damit haben wir die Rang Ich kann durchführen Und damit haben wir den Rang 35er Spike, Leute Mega nice, Leute Ne Leute Zum Glück kein Lose Diesmal perfekt Auf 1250, Leute Let's go So, Leute Damit haben wir die 35 erreicht Und ich will, dass wir jetzt alle mal Auf ihren fetten Daumen nach oben Da lassen Und checkt jetzt alle mal Sehr, 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 sehr nice Sehr, sehr schön Machen wir noch einen Screenshot Falls wir das mal brauchen Und ja Rang 35 E-Bild game, Leute Let's go Sehr, sehr Lecker Auf jeden Fall Sehr, sehr lecker Rang 35 Jackie Jackie Beziehungsweise Jackie Kappa So, Leute Oh mein Gott Wir haben jetzt endlich Diesen Brawler auf 35, Leute Let's go Leute, wenn ihr jetzt Kein kostenloses Abo da lasst Und meine Creator Code Auf ihre eintragt Dann weiß ich auch nicht, ne Endlich haben wir die Rang 35 Den Rang 35 Brawler Bali, Leute Oh, let's go, Leute Ich hab die 1255 Puh Aber auf jeden Fall Noch eine längere Nacht Beziehungsweise Wir haben jetzt schon Mittlerweile morgens Sehr, sehr schön Aber wir müssen noch eins spielen Leute Puh Und damit sind die 1250, Leute Oh, let's go Oh, Leute Damit hab ich Oh, Leute Leute, haut jetzt alle Einen fetten Daumen nach oben Und denkt daran, Leute Checkt unbedingt Tobis Kanal ab, ne Leute Wenn ich Wenn ihr jetzt Kein Daumen nach oben da lasst Und ein kostenloses Abo Weiß ich auch, ne Naja, tut er nicht Komm, let's go Oh, sehr schön, Leute Und damit haben wir auch Rang 35 Auf Jessie Ein Haken Und Let's go Leute Let's go Sehr, 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 sehr Nice GG Auf jeden Fall Dafür Lass dafür Einen fetten Daumen nach oben Ja, Leute Ihr wisst bescheid Tobi sagt Lass einen fetten Daumen nach oben Nice Köstlich Oh mein Gott Oh mein Gott Leute Jetzt Let's go Und damit haben wir Rang 35 Tick Und Leute Das Wichtigste Natürlich Die 600 Star Points Die ich auch unbedingt brauche Nice Let's go Oh mein Gott Leute Let's go Let's go Rang 35 Mordes Leute Das habt ihr euch Alle gewünscht, ne Leute Falls Colt Irgendwie da Was machen will Oh nice Henry ist auch Auf 35, ne Sehr, sehr gut Ich würde sagen GG, Leute So, Leute Jetzt Jetzt üben wir Die Reactions, okay Wir machen es so Guck Oh Cool Ein Rang 35er, Bro Nice Gut Dann würde ich sagen Das war es jetzt mit dem Video Ich hoffe euch haben meine Reactions gefallen Wenn ja, ihr wisst Bescheid Lasst einen Daumen nach oben Lasst ein kostenloses Abo da Und Leute Ganz wichtig nochmal Wenn ihr euch was gönnt Gerne im Shop Creator Code Ruki Aktuell muss ich sagen Fällt mir langsam Es ist schwer Ein bisschen Content War, Leute Könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schreiben Was ihr euch wünscht Weil Aktuell gibt es leider keine Updates Und das letzte Update war halt Make Ich könnte Make rein theoretisch Auf 1000 pushen Darüber ein Video machen Und dann auf Rang 35er Dann habe ich zwei Videos Aber aktuell kommen ja Daily Videos Beziehungsweise Es kommen ja schon seit fast drei Jahren Und ich würde gerne die Drei Jahre Daily Videos Auf jeden Fall voll machen Und Browsers Overall Macht mir noch sehr viel Spaß Leute Nur aktuell ist das Von dem Content her Ein bisschen schwieriger Weil Ich sag mal so Ähm Die Interesse besteht nicht mehr so groß Dass ich jetzt Ein Rang 35er Push Ich glaube der letzte Rang 35er Push Ich weiß jetzt gerade gar nicht Wer das war Sollte Squeak Squeak Sollte das sein Eventuell Ich glaube Squeak War der letzte Oder einer der letzten Und das Video kam auch nicht Jetzt unbedingt Berauschend an Ähm ja Wie gesagt Ihr könnt gerne in den Kommentaren Mal schreiben Was für Videos Ich machen soll Ihr könnt auch gerne Community Oder vielleicht auch mit Anderen Content Creator Ähm Videos drehen Leute Habe ich auch sehr sehr lange Nicht mehr gemacht Ähm Ja Ansonsten würde ich sagen Das war es jetzt erstmal Mit dem Video Ihr wisst Bescheid Leute Was zu tun ist Wir sehen uns Spätestens Heute Vielleicht im Livestream Oder morgen Bei einem weiteren Video Macht's gut Und Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal